Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Elex. Wir sprechen hier mit Jorah, dem wir dann später die Klerikerwaffen übergeben sollen. Aber zuerst tun wir ein bisschen quatschen mit ihm. Also, was ist mit dem Elex, das in Elexid enthalten ist? Was ist mit dem Elex, das in Elexid enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Es gibt chemische Prozesse, die das möglich machen würden. Ach, ich kann das noch nicht. Macht Sinn. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. Ja, ja. Immer dieser Stress. Und ich habe Waffen für dich. Ich habe ein paar Kleriker-Waffen für dich. Ein beachtlicher Fund. Ja. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elex gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Erspare mir die Einzelheiten. Ja, ja. Schon gut. Hier. Dein Lohn. Danke. Wir brauchen Lehrer. Hä? Wer bist denn du? Servus. Wir brauchen Lehrer. Kannst du dich lernen? Pah. Wir können darauf verzichten. Ja. Ich wollte nur wissen, ob du mir was beibringen kannst, du Würstel. Ach, ja, ja. Hoppala. Hoppala. Hat der einen Waschzuber zum Holz aufbewahren? Jo, hat er. Ja, baden ist nicht jedermanns Sache. Mal schauen, was da oben ist. Aha, auch nur ein Lager. Was? Ich habe nichts gemacht. Ich will da runter. Nein, nicht neben. Du hast hier keine kluge Entscheidung. Ich habe hier nichts gemacht. Ich wollte nur schauen, was da oben ist. Alter, regt sie gleich mal auf. Sowas Unhöfliches. Unglaublich. So. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ei, die sind alle fertig mit den Nerven. So, das hätten wir mal. Alex Nachschub. Okay. Aufbruch zu fernen Ländern. Und wir noch vielleicht warten. Oder? Ragnar will seine Gegner besser einschätzen können. Ich soll ihm den Bericht aus mindestens zwei der großen Städte bringen, damit er im Bild ist. Genau, das ist unser Aufnahmetest quasi. Das machen wir später. Es gibt immer was zu tun. Ja. Ragnar sagte, es gibt immer was zu tun. Darum soll ich den Sätzer Iridor aufsuchen, da dieser scheinbar ein paar Probleme hat. Wenn ich das getan habe, soll ich ihm Bericht erstatten. Iridor soll sich im Umland bei einem entlegenen Weltenherz im Süden von Goliath aufhalten. Jo. Dann würde ich mal sagen. Was haben wir noch? Ja. Da kommen wir nicht so gut hin. Zahn um Zahn. Der Berserker Ascor ist ermordet worden. Ja, das geht irgendwie scheinbar neu zu richtig. Hauptmissionen. Kontakt. Drache Feldzug. Ach so, ja. Das ist für sehr viel später. Ähm. Ich glaube, es würde sich gar nicht mal so blöd anhören, wenn wir das hier machen. Es gibt immer was zu tun. Oder mal probieren, es zu machen. Es zu lösen. Wo mir schon mal denn da hieherst. Yes, das Mutter. Das ist ja voll um die Ecken. Alter. Ja, da fange ich auch zum Knirschen an. Oh, weia. Tja. Wie gehen wir denn am besten? Wir können hier lang gehen. Da so rüber. Dann zu ihm. Auf jeden Fall müssen wir mal schlafen gehen. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Naja. Ähm. Ich brauche ein Bettchen. Ich borg mir mal seines aus. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja. Achso, ich würde jetzt mal aufstehen. Was? Ja. Ja. Gut. Wir sind gestärkt. Es strahlt die Sonne vom Himmel. Wie schön. Der setzt sie mal nieder. Wer bist denn du? Ornir. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Dafür, dagegen, Gesetze? Äh. Was? Wer braucht denn sowas? Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Was? Oh Mann, ey, wie gemein. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Werden wir sehen. Wer bist denn überhaupt? Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der scheiß Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig darüber nachzudenken, die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Mein Freund, du kannst dir eines merken. Die Menschheit findet immer einen Grund für Kriege. Und wenn es Religion ist. Und wenn es nur darum ist, dass du deinen Haarschnitt so trägst, ist komplett wurscht. Wenn der Mensch streiten will, dann macht er das auch. Und wenn Blut fließen muss, dafür ist es auch wurscht. Ne? Sonst hätten wir schon längst den Weltenfrieden. Wobei soll ich dir helfen? Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Aha. Soll ich doch die Wachen drum kümmern? Hast du ein Problem mit den Outlaws? Warum kümmerst du dich nicht selbst drum? Was genau soll ich machen? Ja? Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, äh, kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt. Was ungefähr das gleiche bedeutet. Ja. Ich kümmere mich um den Outlaw. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Weißt du, was der tun wird? Der ist Müllsammler. Der fladert. Der fladert euch eine Schrottdinger, die ihr nicht braucht. Das ist ein ganz einfacher Müllsammler. Da gibt es ja eine Bezeichnung dafür. Ich habe es wieder einmal vergessen. Messi ist das falsche Wort. Containern. Genau, so heißt das. Der tut einfach nur Containern. Wahrscheinlich kämpft er selber ums Überleben. Was haben wir hier? Jawohl. Wiesenkraut. Ich sage immer Wiesenblume dazu. Wiesenkraut. Die nehmen wir auch mit. Hier haben wir einen Schießeplatz. Gut, da schimpft keiner, wenn ich das mitnehme. Die Öllampe nehmen wir mit. Hä? Waren da Pfeile? Ach so, klettern. Lalalala. Was haben wir da? Seelenkraut. Aha. Was haben wir da? Trollkraut. Aha. Da will ich nicht runter, da sterbe ich nur. Wiesenkraut nehmen wir auch mit. Huruk. Ich sollte einmal speichern. Fällt mir gerade ein. So. Nummer 10. Ja, bitte. Speichern erfolgreich. Super. Wo kommen wir da hin? Auf jeden Fall zu einem Bereich, wo es ungesund werden könnte. Ich glaube, da kann ich nicht mehr. Ich glaube, da kann ich immer wieder sterben will ich ungern, ehrlich gesagt. Das passiert eh unabsichtlich und viel zu oft. Was haben wir da? Was haben wir da? Eine Heilpflanze. Die nehmen wir auch gerne Miete. Der steht auf einem Farn. Da haben wir Giftkraut. Giftkraut. Jo. Okay. Wer bist du? Achso, Jora. Jawohl. Den hatten wir schon. Ich brauche einen Lehrmeister. Ich will was lernen, bitte. Da ist alles Diebstahl. Achso, ne? Warte. Was ist das? Klettern. Ja, ich will da nicht raufklettern. Hoppala. Horuck. So. Da geht es eh noch wieder rauf zum Spa-Hotel, glaube ich. Was mache ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das fragen sich einige, glaube ich. Was macht die Zocki schon wieder? Uh. Mächtige Heilpflanze. Wahnsinnig mächtig. Aha, was war da? Eine Ratte. Dann große Heilpflanze. Ja, ich muss ja mitnehmen, die Sachen. Na, ist ja klar. Schimmliges Brot. Abgeschlossen. Nicht zum Verzehr geeignet. Aha. Ui, aber die Apfel ist nämlich gärt mit. Pfeile. Apfel. Pfeil. Aha. Warte, war noch was? Ja, halt, da ist noch ein Pfeil. Schön mitnehmen, die Sachen. Es ist alles wertvoll. Da haben wir noch Setzerbrot. Ich wollte schon Setzling sagen. Ach ja. Ach ja. Okay, da ist uns nichts. Was ist hier? Große Mana-Pflanze. Schon langsam kriege ich mit, was da brauchbare Pflanzen sind und was nicht. Okay. Ähm. Quest, ne? Bevor ich hier noch weiter... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ja, dann können wir Traktor bauen, die uns bei der Landwirtschaft helfen. Dann kommen wir wieder ins alte Leben zurück. So muss ich eigentlich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich laufen soll. Ob ich hier lang soll oder da lang. Aber ich werde eher hier lang laufen. Das heißt, ich bohre mich gleich mal hin. Ähm. Wie werden wir sehen, wie die Gegner sind. Wir sind jetzt ein Bild genesen. Wir haben schon eine bessere Axt. Nicht mit diesen Eisenstecken, diesen Depperten. Wie werden wir das Kind schon schaukeln? Hehehehe. Ja, ich kann mich schaukeln weinend in den Schlaf. Flutterfaden. Das eher. Halt. Was war da? Mutantenkraut. Okay. So, jetzt lassen wir uns schon Zeit. Nichts mit Sprinten. Da waren... Weil so wie es ausschaut, haben sie ihre Monster-Spawn-Geschichte wieder so gehandhabt, wie es immer ist. Einmal tot, bleibt tot. Außer wir machen einen Kapitelwechsel, falls es sowas gibt. Was haben wir da? Großer Heiltrank. Da vorne ist ein Hundi. Ein Hornwolf, glaube ich, heißen die Viecher, ne? Was haben wir da unten? Da unten ist, glaube ich, auch so ein Hornwolf. Dann laufen wir da rüber. Was haben wir da? Da wächst eine Blume. Eine größe Heilpflanze. Die dürfen wir nicht essen. Die müssen wir definitiv uns aufsparen für Alchemie. Da können wir sicher feine Tränke draus brauen. The brauen. Die Zeit vergeht. Es ist schon über 13 Minuten. Yes, Susten. Halt! Ach so. Das Fiechlein. Jetzt habe ich auch die Vergrunst mit da an. Na, komm her, du Händel. Hoffentlich kann ich dir das noch ausweichen. Jawohl. Das war ja schon nicht so schlecht. Au. Das wird wehtun. Halt! Irgendwie macht das überhaupt keinen Damage. Tada. Tada. Ich habe überhaupt keine Energie. Aber ich kriege auch wenig aufs Maul. Fällt mir gerade auf. Fährt uns so ein kleiner Beiser ganz schön den Hosenboden aufgerollt. Hui. Haha. Nichts erwischt. Hallo? Willst du mal Energie kriegen? Und zwei. Jawohl. Zack. Hahaha. Sehr gut. Wir sind gar nicht mehr so schwächlich. Die Hose bringt sich voll was. Aber voll, hörst du? Ja, voll. Schönes Wasser. Ja, la, 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 la. So. Aha, da geht es zum Fluss runter. Aber wachsen tut da nichts. Ich habe halt Hoffnung, dass wir irgendwelche Fische noch fangen könnten. Und die Praten könnten. Ich glaube, das wird nichts. Zumindest wäre das hier ein schönes Anglerplatz. Für Anglerfreunde. So. Horuck. Da gibt es auch nichts Krautmäßiges. Ich muss jetzt mal kurz klubschen, wo wir denn hier überhaupt sind. Okay. Das passt schon mal über die Brücke. Und dann müssen wir uns links halten. Okay. La, 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 la. Mir, also von der Ferne erinnert mich das Kraut immer an einen, also wenn man so wegzoomt, so weit weg, schaut es beim schnellen Hinlaufen aus wie so ein erdiger Stock. Aber das ist definitiv eine andere Pflanze. Ob das einfach eine Art Glockenblümchen ist? Keine Ahnung. Da hätten wir es mal. Aber was so schön irgendwie ein bisschen ausschaut, sind diese Bäume, die umrankt sind. Das ist zwar sehr schlecht für einen Baum, weil der ausgelutscht wird wie von einem Parasiten durch die Ranken. Aber es schaut schon cool aus. Vor allem oben bei dem Spa-Hotel. Diese riesen Ranken. Krass. So, da haben wir wieder eine mächtige Heilpflanze. Mächtig, mächtig. Halt, ich stecke fest. Das ist ein bisschen du für komischer Pilz. Schönen wir mal die Schwammerlern. Als wenn sie da draufsetzt. Hast keine Verstopfungen mehr. Ein großer Heiltrank. Einfach so am Wegesrand. Das ist echt ungut, oder? Wolfskraut. Warte, das muss jetzt... Jawohl. Gutes Messer. Kralle. Das war echt nicht schlecht mit dem Jetpack. Das war eine Punktlandung, meine Lieben. Ich kann ja was. Pff, haha, der war gut. So, was haben wir bekommen? Ah ja, diese Drohnenkontrolle. Eine Drohne. Lebensspanne. Variabel. Verbrauchbarer Alpzauber der Drohnenbeherrschung. Aha. Und was war jetzt das mit dem guten Messer? Wahrscheinlich Krempel, oder was? Tatsächlich. Gutes Messer ist noch nicht verrostet. So was gibt. Gute Gabel ist noch brauchbar. Sehr gut. Dann kriegen wir wenigstens beim Essen keine Blutvergiftung. Ha. Äh, Spielzeugdino. Er hat bestimmt mal jemanden glücklich gemacht. Ja, so ein kleines Bubi wahrscheinlich. Oder vielleicht auch ein Mädel. Kralle. Ohne seine Besitzer wesentlich ungefährlicher. Dennoch scharf und wenig Vertrauens erweckend. Solange es Geld bringt, ist alles gut. Dann Kräuter. Seelenkraut. Ja, für Alchemie. Mehr steht da nicht dabei. Wolfskraut wird dasselbe sein. So ist es auch. Was haben wir noch als Chappi? Haben wir hier schlimmeliges Brot. Unverkäuflich. Das sollte man nicht mehr essen. Ach, ne. Was du nicht sagst. Du musst dir mal die Bauern damals fragen. Vor, weiß Gott, wie vielen hundert Jahren. Die haben das mit Leidenschaft gegessen. Einfach die oberste Schicht runtergeschnitten. Und das Brot weitergegessen. Kein Wunder, dass die Leute nicht älter als 30 Jahre wurden, ne. Ja. Altlasten. Ornir hat einen Outlaw in der Nähe. Ja, bla bla. Genau. Das machen wir später. Haben wir sonst noch irgendwas? Ach so, das schimmelige Brot, ne. Wieso leuchtet das noch auf? Oder das Betrück? Ja, wurscht. Egal. Okay. Karte bedingt. Wo mischt man hin? Wir sind ja gar nicht einmal so falsch. Irgendwie in die Richtung, glaube ich, ne. Ja, das würde wahrscheinlich gar nicht so blöd ausschauen. Ich... Ui. Ich fliege noch kurz... Oh, okay. Das war fail. Ich wollte genau dort oben landen. Aber das hat nicht hingehaut. Weil ich schauen wollte, ob da oben noch was Tolles für uns ist. Aber schaut dem nicht so aus. Na gut. Dann hatsch mal weiter. Oh, boah. Jetzt bin ich aber schön beschädigt. Gibt es hier ein Bett zum Schlafen? Oh je. Ich bin halbwegs erledigt. Ja, ich soll vielleicht was trinken, ne. Wartet mal kurz. Inventar und so, ne. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Heilungstechnisch. Achso, ich denke immer, das ist für Heilung. Aber jetzt, glaube ich, einfach nur so... Ah, ja. Fähigkeiten, die ganz nahe, glaube ich, ne. Was ist da? Outlaw. Schaltet Gildenlehrer frei. Aha. Auseinanderschrauben. Aha. Achso, das ist alles, was man so lernen kann. Stim-Tierfreund. Erlaub dir, den Stim-Tierfreund herzustellen. Anleitung. Was kann das? Damit kann man einen Stim herstellen. Der bewirkt, dass schwächere Tiere eine Zeit lang nicht mehr angreifen. Achso. Stim-harter Hund. Achso, ich habe schon gedacht, man darf so ein Haustier vielleicht haben. Näh. Natürlich nicht. So, ich will Heilung und so. Dieses Stim-Tierfreund, das erinnert mich irgendwie jetzt an Fallout 4. Keine Ahnung. Ähm. Gut. Wir haben... Was haben wir denn? Elf kleine Heiltränke. Das ist sehr gut. Ein normaler Heiltrank. Ähm. Mehr haben wir nicht. Okay. Energiespeicher. Elex-Trank. Ich werde noch diesen Trank hier auf die 4 platzieren. Für den Fall der Fälle, dass ich ein großes Schlückchen brauche. Ich hoffe nicht. So, wir saufen uns mal einen an. Wie weit geht der? Oh ja. Das ist in Ordnung. Das geht. Und die werden natürlich auch speichern. Und ich sehe gerade, es ist schon wieder Zeit aufzuhören, ne? Warte mal kurz. Ich muss kurz überlegen. Drei. Brauche ich jetzt einen neuen Spielstand oder einen alten? Ich nehme neun. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich glaube, das war der zehnte. Ist ja wurscht. So. Passt. Okay, ihr Lieben. Das war es dann wieder für heute. Alter, wir spielen da 20 Minuten. Gehen, glaube ich, 10 Meter und wir haben nichts erreicht. Wahnsinn ist das groß. Aber schön. Und toll. Boah, da werden wir lange zum Arbeiten haben hier. Zum Erkunden, zum Schauen. Och, es ist so schön. Ich hoffe, ihr habt nach wie vor Spaß am Spiel. Ich werde mich bemühen, dass wir da ein bisschen mehr hinkriegen. Aber ich fürchte, ohne Schnellreisepunkte, die wir im Laufe des Spiels erst freischalten werden, die nächsten. Also diese Teleporter-Geschichten. Also, boah. Aber ist schon richtig so. Wir wollen immer große Spiele. Bitteschön. Jetzt müssen wir hier durch. Die nehme ich noch mit. Wow. Sanft. Wir wollen große Spiele. Da müssen wir durch. Da wollen wir durch. Und wie gesagt, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Part. Da hinten ist irgendein Viech. Mal schauen, ob wir es besiegen können. Ähm, ja. Das ist aber die Geschichte für morgen quasi, ihr Lieben. Und das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.